Willkommen zurück zu SimCityBuilded. Es ist eine Weile her, wir hatten, äh, ich hatte in der letzten Folge eine Umfrage gemacht. Ja, zwei waren für Frostfjord, zwei für Kalksteinklippen und ich glaube, eine Person für Cactus Canyon. Also bleibt jetzt die Entscheidung zwischen Kalksteinklippen und Frostfjord. Ich werde keine neue Umfrage machen. Ich werde mir jetzt eine aussuchen, aber nicht jetzt, noch ein bisschen später. Saison 2 beendet, ah ja. Ja, ich war nicht ganz so aktiv. Das sieht man, glaube ich. Und ich bin sogar in der Gemeindeliga, äh, gelandet. Also in der schlechtesten Liga, die es überhaupt gibt. Ja gut, ähm, dann... Habe ich mir erstmal eine Kiste. Ah ja, eine Kamera. Und es liegt wieder ein bisschen. Da ist nämlich eine Parade unterwegs. Mhm. Mhm. Und... Ja. Ähm, ihr habt... habt ihr das schon in der letzten Folge gesehen? Ja, ich glaube doch, ähm, dass ich hier ein bisschen... umgebaut hab. Finde ich, äh, ist besser auf jeden Fall. Ähm, wir haben irgendwas noch freigeschaltet. Glücksspiel auf jeden Fall. Ja. Ähm, 70.000 gönnen wir uns. Da. Okay. Okay. Acht, fünf, drei. Nobler Casinoturm. Braucht man ein nobles Casino. Luxus Casino. House of Spades Casino. Snoote Eyes Casino. Also, wir haben auf jeden Fall einige Casinos gerade vor hier geschaltet. Ähm... Blitz-Event. Ach ja, das war das. Kann ich leider nicht machen. Ähm... Erstmal wegmachen. Ja, gut. Ihr seht es, ähm... Es ist langsam Weihnachten. Weihnachtszeit. Einige begrenzte Sachen gibt es. Ich glaub, ich hol mir so eine winterliche Bimmelbahn. Aber so ein Tannenbaum wäre natürlich auch gut. Hier ist Platz. Da. Oha, der bringt eine ganz schöne Menge. Ähm... Dann noch ein Schlittenpark. Ich meine, irgendwie müssen wir hier weihnachtliche Stimmung reinbringen. Und... Das hier... Oha, die ist aber ganz schön groß. Egal, solange es die Leute zufrieden macht. Nein. Die nicht. Die ist, äh... Unförmig, sag ich mal so. Extreme Skater Park. Uff. Ähm... Wir hatten irgendwas bei Bergen noch auf jeden Fall. Ich wollte mir noch irgendwie... Das nicht, das nicht. Nein, 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 nein. Es wurde viel mehr hinzugefügt. Kann das sein? Nein. Nein, 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 nein. Das hier. Leider kein... Doch. Da hast Platz zu. Boom. Bringt zwar nicht viel, aber... Ist auf jeden Fall cool. So, hier will jemand was kaufen. Nein. Können wir hier denn was freischalten? Nein. Können wir hier denn was freischalten? Okay, dann würde ich sagen, schalten wir eine Region frei. Frostfjord... Frostfjord... oder Kalksteinklippen. Frostfjord klingt interessanter. Bestätigen. Und damit geht's ab in die Region. Sehen Sie sich nur diese wunderschönen Nordlichter an. Der Frostfjord ist zwar kalt, aber trotzdem sehr gemütlich. Machen Sie sich mit den lokalen Produkten und Diensten vertraut. Die Leute werden Ihnen dafür danken. Haben wir scheinbar nicht viel Platz hier. Regionale Exporte. Portra. Ah, ja. Okay. Da kommt wahrscheinlich dann der Zug raus. Hier aus diesem Tunnel. Dann ziehen wir erstmal vernünftige Straßen. Ich habe vernünftig gesagt. Und machen das auch erstmal platt. So, und dann hier, oder? Ja, ja. Achso, wir haben hier eine Begrenzung. Okay. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Und noch einmal. Das sind zwei, vier, fünf. Oh. So, und machen wir einfach. So. Okay. Ich baue das doch nochmal alles um. So. Okay, ich baue das doch nochmal alles um. Jetzt. Frostfjordgebiete. Fischmarkt. Warum nicht? Fischmarkt. Stellen wir es mal da hin. Ach, hier können wir die auch nutzen. Okay. Fischmarkt. Die regionalen Produkte, wie zum Beispiel Fischkonserven, können dazu genutzt werden, um lokale Wohngebiete zu verbessern. Okay. Können wir auch nochmal verbessern. Und nochmal verbessern. Und nochmal verbessern. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Was für eine Fischerei. Als ob es eine Fischerei gibt. Die stinkt aber. Ja, okay. Und ich habe nicht genug Simoleons. Nein. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Ich kann das nicht zerstören. Ich kann hier keine normalen Gebiete mehr bauen. Ähm... Ja. Ja. Dann gehen wir erstmal zurück zur Hauptstadt. Ich habe die Folge gestartet mit irgendwie 200.000... Ähm... Simoleons. Wussten sie schon, dass sie mit ihren Geschäften und Fabriken in die Region umziehen können? Ähm... So. Okay. Und dann? Dann wahrscheinlich zur Region gehen. Ähm... Ich kapiere das zwar nicht, aber okay. Und dann können wir die hier auspacken und... die sollen verkaufen oder was. Schön. Was soll ich jetzt damit machen? Ich brauche 500 Bewohner dafür erstmal. Ich habe aber keinen Fisch. Ich brauche Fisch, Leute. Ja gut. Ich brauche Fisch. Dafür brauche ich Geld. Für dieses Geld... muss ich Dinge verkaufen. Ist ganz logisch, denke ich mal. So. So stellen wir es wieder zurück. Verbessern können wir auch nichts. Ähm... Und Stadtlager ist natürlich voll. Ja okay, ähm... Ich weiß auch nicht, warum ich so viel hier drin habe. Aber ich denke mal, ich habe einen Grund dazu gehabt. Ähm... Hier und... noch einen Donut. Und direkt wurde was verkauft. Und direkt wurde was verkauft. Zwölf. Verkauf ich erstmal ein paar. Kann ja nicht schaden. So, dann gucken wir mal kurz. Nein, das reicht noch nicht. Okay. Steuern können wir auch keine einsammeln. Ist ja schade. Reicht auch nicht. Okay. Ähm... Ja Leute, wir haben... im Gebiet freigeschaltet. Bis zum nächsten Mal sammle ich natürlich wieder... tonnenweise Geld. Ähm... Mal sehen, ob ich es hinkriege oder nicht. Werdet ihr ja dann sehen. Ähm... Auf jeden Fall, ähm... Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo. Um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal Leute. Und tschüss. Wir Stunden报ks. company dat ne..." Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 走了,